Das ist er also, der Sohn, James Bond. Kein Wunder, dass das Land untergegangen ist. Wir wissen, dass Sie Ende der 70er Jahre mit Ihrer Einheit im heutigen Oskar-Tschekistan operiert haben. Wir brauchen alle Informationen, die Sie haben. Das hat er so richtig am Arsch. Er will die Mission leiten. Außerdem möchte er die volle Westrente. Da mussten wir 25 Jahre drauf warten. Wie viel ist drin? Du glaubst, dass ich es nicht mehr drauf habe? Wir können doch nicht ernsthaft diese DDR-Rentner in die Operation involvieren. Werden wir den Flug überleben? Wir haben Werte wie russische Hammerwerfer. Die Gruppenratsvorsitzende da hinten, kommt die auch mit? Naja, früher kam ja auch immer einer von der Partei. Die Gruppenratsvorsitzende da hinten. Der ist hier genau.